Achso, ja, das war schon da. Ich wollte gerade zum Chunk rennen, gerade als er unten lag, aber da kam der Tank schon von hinten. So was auch. Gut, ich bleib bei der Schnaiper. Gut. Schnaiper? Ja, dankeschön. Ich nehm wieder ein Paddle. Das ist ein Schnaiper-Gewehr. Paddle! Warte, warte mal, vielleicht nehm ich diesmal von so einer Schnappe. Ne, Maschinengewehr hat mehr Munition. Gut. Paddle! Oh ne, Richtig. Ey, Pops, wir werden auch ne Angst recht gemacht. Aua, Aua, Aua! Puddel hier einig. Na, du, dich, Pops, dich mein ich. Achso, ach nix, ich dachte, du meinst dann... Gah! Puddel hier einig. So. Költe Witch. Los, rennt durch. Ravitation Hammer. Licht aus, schon wieder Witch. Oh, sorry. So, Witchy time. Aua, massive, wild! Verdammt. Ich schimpische Ruhe lassen, Bob. Ich schimpische Ruhe. Wir kommen auf der Energiel случаx. Lass mir was einsteben, ich lass mir was einsteben. Lass mich irgendwas einsteben. Geht im sealant thứ one. Geht grade mal einんです umau. andere Seite könnt ihr lang, Bob. Ää. Schön. Oh Moment. Und ja, ohne Licht seh ich nicht viel. donc, Achso, du mein... Ach, ich... Ich weich einfach durch, das geht in Wurscht. High Witch, das geht. Ratsch er bei mir, Dave. Bitte raus. Alter, der macht zu viel Schaden. Bitte kurz, ich hab keinen Medi-Scheiße. Das ist keine Medi-Scheiße. Nee, fand ich gut aus. Bin so gut wie downed. Hau, er haut nicht ab. Wai, wai, wo bist du? Komm her. Ich bin hier draußen. Los, rennt durch. Rennt doch einfach durch, kommt. Also, soweit ihr rennen könnt. Danke. Teilt's dir ein. Achtung! Los, einfach durchrennen, einfach durchrennen. Alter, springt nicht. Hier, jetzt einfach, wir laufen, und wir laufen, und wir laufen, und wir laufen, und wir laufen. Und neben, nebenher noch vielleicht ein paar Mitläufer mit. Tank, 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 oooh. Na toll, er hat's auf mich abgesehen, hat's auf mich abgesehen. Mich hat er ja schon. Ups. Joa. Ich hoffe, ich hab irgendwie einen Schaden reingedrückt. Alp! Guck mal her, Joch. Wo ist denn der eigentlich? Ah! Der ist weg, und der Tank ist bei mir. Sehr schön. Schön. Ja, Tankfiller. Dank, du machst das super. Ah, das ist schön. Hallo! Wow. Ja, mein kleiner Freund. Aua, böser kleiner Freund. Ähm. Wow. Hi, Dave. Hi. Ist er schon weg, oder ist er... Der Tank ist tot. Keine Sorge, wir kriegen dich schon wieder hin. Schmerzlichen Dank, Dave. Mir geht's nicht so gut. Hm. Hier ist nichts. Und weiter auf der Suche nach... Medizin, Drogen und eine Gleichkeit zu Futter. Wenigste sind Schockbriegel. Benzinkanister? Nein, schmeckt nicht so gut. Hinter dir, Dave. Berecht, Alter. Ist er schon drum gekümmert. Jupp. Ich hoffe, ich kriege meinen Tetanuss. Wow, hallo! Hier sind die Kekse. Mein kleiner Freund. Hey, das ist doch mein'n Kill. Hier gibt's Waffen! Danke für die Waffen! Starger! Hilfe! Also, Leute, irgendwie läuft's gerade noch schlechter als vorher. Weiß auch nicht. Ich bin gleich hin. Wohin? Waaat? Hoi, 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 hoi. Hoi, hoi, hoi! Hoi, hoi, hoi! Hey, hinter dir. Ich seh nur noch schwarz-weiß. Ich weiß nicht, was ich bin. Ich kann nicht erst mal wieder eine kleine Vorwarnung äußern, wenn man ein Ding anzündet. Also, ich war's nicht. Ich auch nicht. Ich war's. Gut. Das Ding hab ich ja gefragt. Wir sind voll, voll. Ich nehm trotzdem noch nen Benzinkanister mit. Den kann man bestimmt noch gebrauchen. Links rein? Da liegt ne Tunze Pipe. Mann. Ich helf's mir, oder? Ich sterbe. Mh, mir ist nichts mehr. Nö. Oi! Du hast ne Pipe gebrochen. Ich. Pfeil wegen Darum. Ich glaub, du hast noch Bomopüpü bei mir. Oh! 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 Scheissing! Schmet ein Medikit! Oh! Ah! Smoker! Ich bin down! Oh! Fuck! Oh! Ich bin tot. Wo ist der Smoker? Oh! Oh! Ich hab' hier noch Medikit vor. Ja, das hatte ich grad gefunden. Oh! Ach so, Mann. Also, irgendwie... Ähm. Lief das gar nicht, genau. Lief ja mal ganz zum... War noch nicht groß. Also, das heißt wohl nicht umsonst Crash-Kurs. Was? Im Truck-Po? So, jetzt... Im Truck-Po, genau. Im Truck-Po, genau. Im Truck-Po. Oh, äh... Mann! 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 Kann ich auch wieder ein Paddel nehmen? Nee, kann ich nicht. Weil Paddel weg. Ähm. Dave, alles okay? Ah! 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 Oh, oh. Ich glaub' er ist im Rage-Modus. Hab' der grad die... Ich dacht' schon, ihr habt die Save-Room-Tür gesprengt. Ah! Ach, ist mir jetzt vorstirb. Bam! 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 Ich glaub' ich versteh' genau, was du meinst. Du musst lieben. Ah, schon. Meine Fresse hier. Tank? Was? Was? Jetzt schon? Fack der Vogt! Da hat's sagen, da kommt schon der Tank! Boah! Das Auto hat mich ganz knapp verpasst wegen dem LKW. Ich glaub' ich mag was gegen Autos. Ich glaub' er mag keine Benzin-Steule. Nein, 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 nein! Das ist gegen WP. Der hat's immer auch nicht abgesehen, da bürgerweise. Der Vogt hat... Ich glaub' er heute die Kettoplaster reichen. Down. Warte mal, schieb's nicht unterm Auto, ja? Sieh' du! Was machst du denn unterm Auto? Der Tank hat das Auto voll... Oh, ich bin wieder auf meinem Auto. Schön! Ich hab' dich durchs Auto gezogen. Nein, er hat das Auto auf mich geschmissen. Ja, und ich hab' dich da durchgezogen. Durch die Motorhaut. Hm? Eigentlich war's der Kofferraum, glaub' ich. Wie schieb's Laser-Visiere! Also, so wie ich aussehe, hast du auf jeden Fall einen Benzintank da mitgenommen. Oder einen Ölkanister. Warte mal, wer hat gerade sein Auto... Achtung, die Autos, die haben die Alarmanlagen, ne? Ja, die, die anderen... Oh, Laser-Visiere! Hab' die Schieb's auf. Oh, Laser-Visiere! Oh, da ist ne Axt! Wer braucht noch ne Axt? Waffen! Du seid so... Hallo! Hallo! Pistole! Hallo! Gettensäge! Und hier ein ganz besonderes... Hallo! Jockey! Puh! Da! Geh' runter von mir, Didi, danke! Schmockert mich, Schmockert mich! Schmockert mich! Schmockert mich! Schmockert mich! Schmockert mich, hinter euch! Fender euch, Schmock! Bitte an! Wieso? Ja hin? Hilfe! Geh' mir an! Ich kriege hier mit einem HP rum! Ach so... Also was willst du mir erzählen? Wieso willst du mir erzählen? Komm! Leg mal los! Komm! Weihnachten ist morgen! Ahh! Nein! Doch! Tsch Oh, danke Dave! Achso, mach Dave so. Okay. Das muss dir gut sein. Da war noch eins. Auf jeden Fall. Hier ist noch ne Molly, hier ist ne Molly. Waffen! Also stell mir mal diese Molly vor, das klingt schon wieder sehr bezaubernd. Die brennt für mich darauf, dich kennenzulernen, Chunk. Hier ist ne Waffe! Ist ne richtig heiße Flamme. Die hat Temperament in Mittelamerikas. Wo ist das Rügelmonster? Ich bin das Krügelmonster. Jetzt bist du ein totes Krügelmonster. Und da ist ein Stoker. Und der macht nicht genau. Das mag gar kein so gut machen. Das ist als ob ich schon wieder ne Witsch gehört hätte. Ich hoffe eh nicht. Oh! Au! Das hat Boom gemacht. Aber wir können ja vorsichtshalber einen Benzin-Tanken mitnehmen. Immer von rechts, von links kommt was. Ach hier. Warte, doch, da ist ne Witch. Oh, Charter! Hinter dir, Chunk, oder? Da ist er! Da! Ich war ihm so nah. Doch so fern. Ich hab' ich schon, Bitch. Ja, ja, deswegen. Ich seh' du! Ich seh' du! Wenn's hier kannst, ne? Ich bist du links lang. Rechts, links? Torb heilt sich, der bitte. Ach so, okay. oder soll ich erst nicht einfach mal ausnahmsweise ignorieren kann ich sie jetzt auch ignorieren kommen wir gehen drum herum ach da ist ich weiß noch der hand gegeben wenn du willst ja den ganzen arm kotze für mich harte 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 medikett hast du ich habe auch nicht die achtung schmauke hat mit also ich will schauen wie es kommt genau das schmauke ist doch kaputt ich habe ich weiß wo das woge ist aber versteckt ich gerade ich weiß dann habe ich auch gesehen ich halte ich habe den medikett sonst verwechselt ja papa er schläge mama in dem fall ich glaube dass ich ganz schön wir sind gleich bei den medikett angelangt leute über den truck muss die freiheit wohl grenzenlos sein alles um dies alle sorgen sagt man liegen da ich habe was böses ich schieße was böses munition warum ist hier so dunkel bei mir ist kein medikett mehr hier vielleicht weil du keinen richtigen hast weil ich noch eins mitgenommen habe weg hier lass mir den ganzen anderen Fischer hier einigermaßen beseitigen ja muss mal gucken ob die anders ist aber ne klinge später das Telefon aber ist nicht mein Telefon Telefon Ring 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 Bananaphone Bananaphone Schlagstock hier ist ein Sniffelstück hier ist ein Medikit Leute Leute da ist ein Medikit ich hoffe mit deinem Visier ins Auge zu leuchten das tut weh Chunk hol dir ein Medikit ich hab's jetzt genommen da oben drin? achso ok dann starte das Ding noch du äh ich schau ich schau ich schau ich schau ich schau ich schau ich hab gesagt ich komme ey herrlich alter ach jetzt schickt ihr natürlich wieder mal den mhm den schwarzen ohne Medikit genau den schickt ihr los das hast du jetzt ah es ist endlich wieder hell hier es werde nicht es werde nicht hilfe haltet ihr mir wieder den Rücken frei ich halte die Seite mit dem Tor hier mit dem Gitter hier frei den Zaun den halte ich frei wo kam der denn her? ihr macht vorne den Eingang ja? oh man oh ja super wo kam der denn her? ja der hab ich mich auch grad gefragt der kam nur von der Seite so komm schon mal von da oben ne was Jockey gut so au ich hab' ich hab' Char-char hier oben oh oh smoke up smoke up Racer auch für dich persönlich smoke up ja ich hab grad Dave versucht zu retten du hörst ja nicht auf mich wenn du spielst oh ich komm mal wieder hoch ah die kommt echt auch von der Seite ey deswegen sag ich ja die Seite halt ich frei mit meinen der Seite unter ich hab' bitte ich hab' ich hab' ne ja hier ich hab' noch andere Sachen na komisch es geht ja ich hab' da kommt ja vorsicht es kommt ein tank wo kommt der tank ich hab ihn leider nicht mehr gekleckt vorne kommt ein hunter auf die tag links tag links online kann ich ihn auch eben weg dort runter ja ich wollte runter aber nicht so schnell lebt er noch ich muss mich heilen dringend immer auf die pfoten wenn sie hochkommen aber die kommen ja auch wie gesagt von der anderen seite racha kommt von hinten boah wie der fliegt wo ist der denn hin keine ahnung er hat in den sprung geklebt da ist es gut in der hüfte gesucht es ist dunkel was ist nur kaputt der generator ist aus also ich geh jetzt nicht doch mal ich geh einfach wenn wir sind noch mal ich weiß ja nicht ob es die richtige richtung ok wer hilft mal kurz junk auf bitte schalter unten schmuck ja schmeiß den generator fuck ey fuck ey hört dann irgendwann auch noch auf boah hast den noch nicht angeschmissen ne nee weil ich grad nicht wusste sollten jetzt anschmeißen und doch erstmal junk helfen oh hilfe hilfe ich hab nen jockey 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 hilfe hilfe geh weg leute leute mocha scheiße hol dir der jockey kommt um die ecke freil mich ja wenn die selekse nicht wären danke geh weg weg da mach mich runden Platz da ich habe eine axt also lasst mich durch boah du hast du uns als anfänger nicht nutzt es doch bitte auch alter jetzt hört doch mal auf hier weitere zombies rum weg da weg da weg da weg da weg da legt bop noch philosopher Ausnahmsweise Na Schankscheiße Oh verdammt Dave hat's auch schon wieder erwischt Ähm Oh diese scheiß Jockeys Ah wo kommt der denn hier Du sollst ihn Ähm 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 Diese scheiß Jockeys Bitte Wieso Ich bin tot Ähm Ich glaube das könnte wieder eine etwas längere Session werden Erstens das und ich glaube Uah Uah Vielleicht Ich glaube ich muss meine Festplatte auch erstmal wieder freiräumen Gib mal danach Wollen wir in der nächsten Session einfach weitermachen? Letztes Mal hat das mit dem Haus ja auch geklappt mit der Villa Unsere Motivation ist denkmal auch allmählich im Keller Wieso? Oder nicht? Oder doch? Alter Da hat mich grad hier an 7 HP gezogen Ich weiß nicht Welche HP sieht das so aus? Chunk Wack denn Nächste Session Nächste Session? Nächste Session? Nächste Session? Nächste Session? Meines wegen Leute ich dachte wir machen noch ne Runde schnell Nächste Session Ich glaub das wird jetzt nichts Nächste Session Nächste Session Tschö 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 Bye Nächste Session